Es ist noch früh am Morgen und Sie sind alle freiwillig hier, die Schüler und Schülerinnen der Beethoven-Schule. An fünf Tagen werden Sie erleben, was es heißt, Lebensmittel herzustellen und haltbar zu machen. Ein spannendes Programm erwartet Sie. Eine Projektwoche, die der Landschaftsverband Stade alljährlich den Museumspädagogen und den Museen aus dem Elbe-Weser-Dreieck ermöglicht. In dieser Woche ist das Schrödersche Bauernhaus unser Herzstück. Hier wird begrüßt, gefrühstückt und verabschiedet. Aber noch sind wir ganz am Anfang, bei der Begrüßung. Die Museumspädagogen warten schon und die Lehrerin Frau Böschen teilt die Klassen in fünf Gruppen ein. Jede Schülerin, jeder Schüler wird in den nächsten Tagen alle Stationen durchlaufen. Sie werden backen, Obst verarbeiten und konservieren, Fleisch räuchern und in Aspik einlegen, Buttern, Joghurt und Frischkäse herstellen. Damit nicht genug. Experimentieren dürfen sie auch, und zwar mit Kälte. Doch nun geht es los. Alle sind hochmotiviert und die Zeit läuft, denn unser Frühstück stellen wir eigenhändig her. Erstmal guten Morgen nochmal. Guten Morgen allerliebste Kala und Vivien. Ja, heute ist unser letzter Tag. Haben euch die anderen Stationen Spaß gemacht? Ja. Ja, toll. Da bin ich mal gespannt, wie euch das heute bei uns gefällt. Wir stellen Lebensmittel her oder konservieren Lebensmittel oder machen die auch haltbar, sagt man. Und wer mit Lebensmitteln arbeitet, der muss... Hände waschen. Prima, ihr wart bei uns, das merkt man. Da ist die Toilette, bitte alle die Hände waschen. Was machen wir heute Morgen hier, Max? Ähm, Butter und... Butter, Frischkäse und Joghurt, ne? Genau. Wenn wir die Butter herstellen, die hält sich dann ungefähr fünf oder sechs Tage. Und früher musste die Butter länger halten, weil man hat nicht jeden Tag Butter hergestellt. Und wenn die länger halten musste, dann muss man die haltbar machen. Ja. Und jetzt sollt ihr mal probieren, womit man die haltbar gemacht hat. Wenn ihr das probiert habt, nichts verraten. Man hoch. Wer weiß es, Hand hoch. Ich zähle bis drei und dann dürft ihr das alle zusammen sagen. Eins, zwei, drei. Kälte. Äh, Salz. Genau. Richtig. Stimmt. Da wird dann in die Butter Salz eingearbeitet und so kann man die lange lagern. Wenn man dann die Butter essen möchte und die ist zu salzig, dann wird die einfach wieder gewaschen mit Wasser. So, jetzt müssen wir aber erstmal Butter machen. Und wer von euch weiß denn, wie man Butter macht? Ich. Du weißt das? Schlagsahne. Schlagsahne. Milch. Richtig. Erstmal braucht man Milch. Man müsste zuerst eine Kuh melken, die Milch nehmen, die Milch in eine Schüssel gießen, über Nacht stehen lassen. Dann wird die Milch unten dick. Und oben ist so eine dicke, fette Schicht Rahm. Das ist das Fett. Das Fett setzt sich oben ab. Der Rahm setzt sich ab oder Rahm wird auch noch Sahne genannt. Und wir haben hier jetzt Schlagsahne schon gekauft. Und diese Sahne kommt, ich zeige euch das mal. Vivian, gibst du mir mal ein Butterfass drüber. Hier wird die gestampft. Das habe ich schon mal gemacht. Butter, 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 Butter. Genau. Und hier oben ist dann ein Flügeldeckel drauf und der wird runtergehalten und der andere stampft dann. Hier habe ich ein Butterglas. Hier ist ein Flügel dran und man dreht am Rad hier. Und dann dreht sich der Flügel und dann wird die Flüssigkeit, die hier drin ist, bewegt. Was war hier nochmal drin? Butter. Was kommt da rein? Nein. Nein? Butter. Nein? Sahne. Sahne, richtig. Butter wollen wir da machen. Man kann auch Gläser zum Butter nehmen. Da wird einfach geschüttelt. Genau. Und dann haben wir noch was. Butter, Butter, Butter machen. Das ist... Was? Ein Mixer. Was für ein Mixer? Was für ein Mixer? Das ist nochmal. Handmixer? Handmixer, genau. Damit kann man auch Butter machen. Du darfst jetzt einen Becher Sahne da reinmachen und du? Hier dürft ihr jeweils einen Becher Sahne reinmachen. Hier darfst du einen Becher Sahne reinmachen. Hier du und du hier. Man kann so buttern. Dann haben wir vielleicht heute Abend Butter. Ich hole jetzt mal diesen Drehflügel fest. So, wenn die Butter. Das wird schnell gehen. So. Hier kann man so drehen. Komm. Aber da passiert dann auch ganz wenig für den Knoge drin. Okay. Die Gläser werden so angefasst und geschüttelt. Wenn ich die so anfasse, dann wärme ich den Rahmen zu sehr. Und dann kann das sein, dass das nicht richtig Butter wird. Sondern dann wird das so wie Quark. Und das ist nicht ganz so lecker. Also immer so. Auch hier. So. Das ist das Tempo. Wo wird die Butter zuerst fertig sein? Ja? Im Glas. Im Glas. Wer ist für das Glas? Ich. Keiner. Wer ist für das Butterglas? Drei. Wer ist für den Handmixer? Keiner. Wer ist für das Butterfass? Gut. Dann legt mal los. Ja, richtig. Ähm. Da kommt ich. Ganz ruhig. Mein Arm. Oh, ja, ja. Ah. Die setzen uns vor. Ja, wir machen jetzt das Einmal so. Und dann das Butterfass da. Einmal so. Einmal so. Und dann schnell. Ah. Warum meinst du, geht das jetzt schwer? Weil das schon langsam Butter machen wird. Oh, ich hatte nichts drin. Ja. So ist schon besser. Ah. Das ist aber noch nicht richtig Butter, sondern... Flüssige. Das sind Butterkörner jetzt. Ja. Ja. Ich habe gewonnen. Ich glaube. Oh, jetzt ist das Butter auch. Das ist ja cool. Oh, das ist ja cool. Ja, auch. So. Dann halten wir mal rein. Ich muss aber nicht auf das. Aber richtig. Sie müssen mir das. Ich muss mich mal reinlegen. Julian hat das über. Was giss ich jetzt hier ab? Butter. Butter, Milch. Butter. Was ist hier drin? So. Butter. Butter. Darf ich auch mal? Butter. So, jetzt müssen wir die rausholen. Ist das noch ein kleiner Hut? So. Lecker. Das ist die Butter. Die erste. So. Gar nicht. Guck, erst. Ja. Wie viel feiern wir da drauf? Das ist auch noch mal zeigen lassen. Genau. Diese ist fester. Das könnte die Butter sein aus dem Butterfass. Und zwar in den Gläsern wird die Butter nie so fest wie im Butterfass. So sieht das hier aus. Ach, du Scheiße. Ich dachte... Das haben wir heute zum letzten Mal hier gehört, Max, oder? Ja. Gut, okay. Hab ich die zu lange gemacht? Nein, du hast das prima gemacht. Und jetzt? Du bist wie prima. Wer hat Lust, eine Mutprobe mit mir zu machen? Ich. Ich. Auf der Zeit darf man was nachhaben. Und Vivian möchte auch. Oh. Ist sie lecker? Ja, gleich sie. Prost, Milch. Buttermilch. Prost. Ich habe auch was getrunken. Ja. Wir trinken Buttermilch. Was ist denn da noch drin in der Butterfass? Buttermilch. Buttermilch. Wenn die Milch jetzt drin bleibt, was passiert mit der Butter? Die wird ganz schnell schlecht. Also müssen wir die Buttermilch irgendwie aus der Butter herausbekommen. Wie können wir das schaffen? Ich trinke die Milch. Mit Wettel? Wir den Kochlöffel und wir drücken die Butter hin und her, bis die sauber ist. Was ist das? Was ist das? Und nun? Was ist das? 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 Und guck mal. Was kriege ich da rein? Wasser. Wasser. Einfach Wasser nimmt man, um die Butter zu waschen. So. Ey, jetzt. Es ist schon 10, du musst du weitermachen. Ja, jetzt 13 Mal. Ja, dann mach ich das auch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da kommt noch was raus, oder? Was ist der was? Was ist der was? So, jetzt haben wir die Butter hier drin. Seht ihr das? Ja. Ein paar Tonnen. Das machen wir auch gleich alle gemeinsam im Wechsel. 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Wir haben jetzt zwei Minuten Pause. In vier. Wir werden jetzt rüber gehen zur Frühstückspause. Diana trägt das Tablett. Und jeder von euch, das heißt sechs von euch, ihr werdet die Butter nehmen und dann rüben verteilen. Werdet ihr das machen? Und bevor wir anfangen zu essen, was machen wir da? Wir beten, wer spricht heute ein Tischgebet? Hier bist du. Larissa, mein Augenblick leise. Wer spricht heute ein Tischgebet? Zum Beispiel Zumbe. 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 und dann sprecht ihr mir wieder nach. Komm, Herr Jesu Christ, komm, Herr Jesu Christ, sei unser Gast und segne uns das, was du uns beschert hast. Ich freue mich, dass heute nichts zu Bruch gegangen ist und dass unser Tisch reichlich gedeckt ist. Guten Appetit und Amen. Amen. Es beschäftigen sich die Schüler und Schülerinnen nicht nur mit Milch, sondern es gibt auch eine Station, die sich mit Fleisch beschäftigt. Hier wird geräuchert und Fleisch in Aspik eingelegt. Hubert, wie weit seid ihr? Wir haben vor einer Stunde den ersten Fisch und das erste Fleisch in den Räucherofen gehängt und wir könnten jetzt mal reingucken, ob sich das schon verändert hat von seinem ursprünglichen. Gerne. Dann gucken wir mal wunderbare Forellen. und etwas Leberkäse. Weil Forellen, die reichen ja gerade für mich, Hubert. Das ist gerade nur zum Probieren für die Kinder. Sie sollen ja nur die Techniken kennenlernen. Sie sollen ja nicht satt werden. Satt werden können sie von der Milch. Dann lasst uns noch mal in den Fleischofen gucken. Wir haben ja nicht nur Forellen, wir haben auch noch und das wäre dann in diesem Ofen Hühnerweine und Bratwürste und Hutenbrust. Das gibt es auch noch. Und wer hier Interesse haben sollte, heute Mittag um fünf vor zwölf ist das reif. Ich komme. Aber bis dahin muss es noch ein bisschen geräuschen. Ja, wir haben mit den Kindern auch eine Fleisch-Gemüse-Sülze gemacht. Wir haben das geräucherte Fleisch genommen und das wollen wir jetzt in Aspik eingießen. Aber nicht alleine, sondern wir nehmen verschiedene Gemüsesorte dazu. Ich habe den Kindern Erbsen, Zuckererbsen gegeben, die sie klein schneiden können. Ich habe ihnen Möhren gegeben. Ich habe ihnen kleine Oliven gegeben. Ich habe ihnen natürlich das Putenfleisch gegeben, sogar ein Ei. All das können sie in kleine Stücke schneiden und dann füllen sie das in kleine Näpfe. Diese Näpfe, diese gefüllten Näpfe, werden wir dann übergießen und dann können die Kinder das in den Kühlschrank tun. Das dauert vielleicht eine Viertelstunde. Dann ist der Aspik geliert. Dann können sie es mit nach Hause nehmen, können es gleich essen und haben einen wunderbaren Snack, einen gesunden Snack für heute Abend. Ich stampfe den Fässer. Aha, stampfen oder reiben? Das sieht aus wie Reiben. Das ist stampfen. Aha. Und was ist da drin? Das ist ein Fleisch. Was haben wir damit an? Was haben wir damit an? Das haben wir mit Fleisch gemacht. Das haben wir so in eine Maschine gesteckt. In eine Maschine gesteckt. Was war denn das für eine Maschine? Was hat die Maschine gemacht? Die hat das so in Spaghetti sozusagen. In Spaghetti hat die das Fleisch gedrückt. War das ein Fleischwolf? Ja. Wir hätten es natürlich auch ganz klein schneiden können. Das wäre auch möglich gewesen. Aber dann hätten wir unsere Pinger vielleicht verletzt. Und dann haben wir gedacht, wir nehmen einen großen, gefährlichen Wolf. Und da reiben wir das Fleisch, dann drücken wir das Fleisch einfach so durch. Ich meine, das war anstrengend genug, oder? Ja. Das war ziemlich anstrengend. Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir ein paar Gewürzgurken drin, jetzt haben wir ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz. Und dann werden wir das Ganze in Aspik eingießen. Mh, lecker! Und dann können da die Fliegen nicht mehr dran. Was ist Aspik, Hans-Georg? Aspik ist ein Gelee. Heißt auch Gelantine. Oder viele kennen Sülze. Das heißt, das ist aus Knochen und Schwarte gewonnen, mit Brühe angesetztes Festigungsmittel. Aha. Jetzt war ich nicht lecker. Das heißt, wenn das jetzt in den Kühlschrank kommt sozusagen, dann ist das sofort hart und wabbelig. Und kommt das in die Hände, eine Form, oder? Ja, wir haben hier ganz tolle Formen. Wir nehmen ein bisschen Gelantine nach unten. So. So, hier, den Kuh da runter. So, und jetzt ist sie flüssig. Und jetzt kommt die in den Kühlschrank und dann ist sie fest. Und auf diesem festen Gelantine-Spiegel, da legen wir eine Zitronenscheibe oder vielleicht ein Norbeerblatt oder vielleicht drücken wir auch ein paar Wacholderbeeren da rein. Und dann, dann tun wir da dieses Gemisch drauf und dann übergießen wir das Ganze mit dem Rest der Gelantine. Wir nehmen also verschiedene Gemüsesorten. Im Augenblick haben wir gerade die Zuckererbsen. Die schneiden wir klein, weil sie hinterher in ganz kleine Näpfe gefüllt werden. So, das sind die Zuckererbsen. Mehr brauchen wir aber nicht. Dann nehmen wir uns jetzt gleich das nächste Gemüse vor. Müssen wir nämlich auch noch klein schneiden gleich. Die haben wir schon mal gekocht. Das andere, das geht ja so, aber das hier müssen wir jetzt. So, das bringst du jetzt auch in den Tisch, bitte. Alle Erbsen kommen jetzt in diesen Teller hier. Alle Erbsen? Alles kommen jetzt in diesen Teller. Alles hier in diesen Teller. Außer der Dreck, weil das Wasser nicht erst klar ist. Ja, du lässt es machen. So, jetzt kriegt jeder von euch die Möhren. Dann nehmt ihr jetzt mal für das andere diesen Teller, den wir mal in die Seite. Wir machen das einmal längs. Und dann machen wir das einmal so. Und wenn was fertig ist, das ist relativ einfach. Jeder von euch kriegt ein bisschen Petersilie und schneidet die kleinen. Einfach so. Irgendwie wie wir wollen. Irgendwie einfach. Ich mach auch einfach klein. Das ist jetzt ein Stück Putenbrust, was wir gestern geräuchert haben in unserem Räucherofen. Und das wollten die Kinder gestern aufessen, aber ich habe gesagt, Moment, habe ich gesagt. Das brauche ich für morgen, weil wir wollen morgen dieses Stück Putenbrust in kleine Würfel schneiden und wollen das in Aspik eingießen. Ja? So, jeder von euch kriegt jetzt, wie gesagt, eine Scheibe und macht kleine Würfel daraus. Wir sterben. Moin. Schhh. Das hier ist unsere geräucherte Putenbrust, die wir hier drin haben. Dann haben wir eben noch Ei geschnitten. Wir haben aber auch kleine Oliven geschnitten und wir haben, glaube ich, auch die Erbsen, die wir vorher gekocht haben, sind hier drin. Das haben wir jetzt alle schön miteinander verrührt. Und jetzt mache ich das mal so, ich probiere mal einen Löffel von diesem Gemisch, mal sehen, wie das schmeckt. Unter Umständen müssen wir das nochmal würzen. Mhh. Sehr gut. Okay. Hier ist dein Näpfchen. Hier ist dein Löffel. Hier ist ein Löffel. So, jeder kriegt von mir so ein kleines Etikett. Und hier sind Stifte. Unterschreibt ihr bitte euren Namen. Guck ihn an, die kommen. Nein, das sind nicht für alle. Könnt ihr dann nacheinander machen. So. Wie sagt, guck mal, wie mein Name geworden ist. Guck mal, wie mein Name geworden ist. Soll ich richtig. Wenn ihr das so fertig habt, guckt ihr bitte, wie ich das gemacht habe. Ja. Dann steht ihr auf und dann kommt ihr zu mir, weil ich bin jetzt an der Gelatine da hinten an dem Tisch. Ja. Und danach geht ihr bitte zum Kühlschrank da hinten und stellt diese kleinen Sachen nachher. Also wir werden mit dem Kühlschrank. Alles klar? Ja. Ich weiß, dass du nicht so, wie der Kühlschrank ist. Du gehst sogar den anderen da, ja. Wunderbar. So. So. Alles klar? Ja. Gut. Noch jemand in den Fahrschein? Genau, ich hätte Bratwurst. Ja. Für acht Tage ist der Fisch fertig, wenn man diese Rückenflosse rausziehen kann. Und wenn er so einfach wie geht, wie jetzt, dann ist der Räucherfisch fertig. Hier haben wir jetzt zwei wunderbare Forellen von den Kindern auf ihren Osterholz eingelegt, geräuchert und gleich auch verzehrt. Und die, die schlau sind, sehen jetzt zu, dass sie noch was davon kriegen. Weil ich fürchte, wenn Carla hier fertig ist, ist der Fisch alle. Du brauchst eigentlich nur noch Forellenräuchern. Und du, Aileen, was hast du probiert? Und, wie schmeckt die? Lecker. Wie schmeckt die, woher es? Lecker. Leberkies ist das, ne? War das lecker? Ja, so lecker. Aber leider gibt es nur eins. Und war hier nur eins. Ich habe einmal eine Wurstbrote, ich bin es lecker. Und hier lecker. Und das ist eine Wurstbrote. Alina, ich habe gerade den Fisch probiert. Und was ist das? Die Wurstbrote, die Leberkäse und die Fisch. Und wie schmeckt das? Lecker. Leberkies schmeckt richtig lecker. Hubert ist fertig jetzt. Hubert, was mit mir? Ich laufe so. Dankeschön, Hubert. Gerne, gerne. Jetzt reicht er, damit die immer noch was machen können. Wir haben uns heute für? Erdbeeren entschieden. Und was machen wir daraus? Marmelade. Und was ist das Allerwichtigste? Händewaschen. Genau. Also, los. Alle wieder Händewaschen, ganz gründlich. Und dann geht's weiter. Erdbeeren sind im Gegensatz zu den Kirschen ganz, ganz, ganz empfindliche Früchte. Wie waschen wir denn die Erdbeeren jetzt ganz gründlich? Zerbründlich. Ja, die müssen wir ja waschen. Aber da die ganz empfindlich sind, da kann eine Erdbeere ganz schnell zerdrücken. Und wenn die zerdrückt werden und so, dann werden die nicht mehr so lange haltbar. Ja, wir machen es heute mal so, dass wir da ein Wasser, kaltes Wasser, auffüllen und dann ganz vorsichtig gleich die Erdbeerschalen da reinfallen lassen. Das ist gut, ich hoffe, du magst mich auch. Ja, komm, lass dich mal her. Jetzt sind die nach, kommen wir aber gerade die Erdbeeren. Nein, nicht, aber das ist so. Nein, nicht. Ich zeige euch jetzt mal gerade, wie ihr das macht und wie ihr die Erdbeeren verarbeiten müsst. So wenig oder gar nicht, wie möglich so, dass nur das Grüne abkommt. Ja, super. Dann nehmt ihr die Erdbeeren, die haben wir dann hier so in der Hand. Dann zerteilt ihr die Erdbeeren und dann schneidet ihr die in ganz schöne kleine Stücke. Und dann tut das da rein. Und dann tut ihr die zerschnittenen Erdbeeren hier rein. Und das macht ihr jetzt mit allen Erdbeeren. Und die, genau, da hinten ist ein Eimerloch, ne? Da, da. Und da. Und da. Und da. Genau. Weil die Erdbeeren entwindelig sind, haben wir die eben ganz vorsichtig gewaschen. Und kleine Stücken schneiden wir die jetzt, damit die nachher besser in der Marmelade verkochen. Wieder eine Eierrohr. Wenn das nachher kocht, das dauert jetzt eine ganze Zeit lang, bis das kocht, dann muss die Marmelade genau vier Minuten sprudelnd kochen. Guck mal, jetzt kocht die Marmelade. Das heißt, dass die Marmelade sprudelnd kochen soll. Hat das vier Minuten eingestellt? Oh. Okay. Marcel, du darfst rühren. Ja. Ganz vorsichtig rühren. Jetzt muss das, riecht ihr das, wie lecker das riecht? Hm? Ja. Riecht das wie beim Frühstück heute? Ja. Super. Noch lecker. Wie viele Minuten müssen wir noch? Eine. Eine Minute. Wenn die Minute vorbei ist, geht das dann jetzt gleich ganz, ganz schnell. Ihr könnt euch dann schon mal um den Tisch wieder drumherum verteilen. Immer ein bisschen ganz heiße Marmelade ein. Und dann darf jeder von euch selber sein eigenes Glas Marmelade vollfüllen. Ihr müsst aber ganz knack, die bleiben darauf stehen, auf dem Tuch, damit die Gläser nicht platzen. Ihr müsst ganz vorsichtig sein beim Einfüllen. Jetzt komme ich mit der ganz heißen Marmelade. Und jeder darf sich jetzt ein Glas einmal vollfüllen. Okay. So, jetzt. Und fertig. Und der Nächste, die Nächste oder der Nächste. Der Nacht-Bee. Wir haben viele Erdbeer. Und wenn der Pfad leer ist, wollt ihr euch Neues. Darf ich noch den? Alles Laft und weiter geht's. Ich kriege die nach Rix. Da ist schon das Vortrag. Ja, klar. Und du machst mich hier einfach zur Behinderung. Und dann kann man aus ganz vielen verschiedenen Früchten auch Marmelade kochen. Aber Erdbeermarmelade ist natürlich, wie ist Erdbeermarmelade? Schmeckt die oder schmeckt die nicht? Schmeckt. So. Und Neues holen. Ganz schnell. In jedem Fall lecker schmecken. Das wird super lecker schmecken. Alles klar. Und weiter geht's. Wir müssen die sowieso alle voll machen. Alle, die da stehen. Du bleibst hier. So. Die werden auf die Sack. Und jetzt, damit ihr wieder genau so schöne Gläser bekommt, wie die von den Kirschen sind, putzt ihr einmal jetzt den Tisch erst wieder ab. Und dann machen wir die Etiketten für die Erdbeermarmeladen-Gläser. Einmal mit dem Finger rein. Darf ich noch mal. Lecker noch jemand? Mach mal das. Darf ich noch mal. Einmal nochmal. Gut. Die erste leckerste selbstgekehrte kochte Erdbeermarmelade. Die leckerste? Ja. Ist die lecker? Ja. So wie. Alles klar. Okay. Dann wollen wir uns jetzt an die Etiketten begeben. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt die Frühstück. Wir haben hier noch mal. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Ich wollte euch guten Morgen sagen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr lieben Kinder. Schön, dass ihr da seid. Dieser und ich sind vom Schweden-Schweiter-Haus-Stade und wollen heute Morgen Brötchen backen und Butterkuchen. Haben wir ja die letzten Tage schon immer zum Frühstück gegessen. Da habt ihr vielleicht schon den einen oder anderen Unterschied geschmeckt oder gesehen auch. Wir sahen ja auch schon unterschiedlich aus, die Backwagen. Das Wichtigste, was wir ja diese Woche immer zum Thema haben, ist die Hygiene. Und deswegen gehen wir jetzt alle erst einmal Hände waschen. Sehr gut. Also wir haben Schüssel, Messbecher, eine Waage, hat Celine erkannt. Max, was hast du erkannt? Bio-Eier. Ja, genau. Eier habe ich mitgebracht. Die brauchen wir aber nicht für alle Rezepte. Die brauchen wir nur für den Butterkuchen. Da haben wir schon den ersten Unterschied. Einmal hier die Brötchen-Brotecke und hier ist der Kuchen-Bereich. Christoph, was hast du entdeckt? Was erkennst du? Wollen wir nicht. Genau, Milch habe ich auch gekauft. Nadine? Feiner Zucker. Sehr gut. Philipp? Hefe. Sehr wichtig. Was machen wir an? Hier steht schon so schön eine Schüssel in Getreide. Macht ihr mal Brötchen. Genau. Und was machen wir noch? 60 Gramm Butter. Zwei Esslöffel Flankenkohl. Zuhören. 122 Gramm Butter. 200 Gramm. Wie habt ihr oder wie? Mit Honig in etwa ein Drittel des Wassers auflösen mit dem Mehl. Da fangen wir mal an, das Mehl abzuwiegen. Das ist halt so. Jeder braucht 600 Gramm. So, hier haben wir unseren Messbecher. Hilfos. Ja, schön. Wie viel brauchen wir noch mal zuieren? 600. Genau, super. 600 Gramm. So, und Philipp fängt mal an, das Mehl abzuwiegen. Oh, wie viel? 375 Gramm. 600 Gramm Hefe. Genau, super. Heps? Ich mach mit. Milch. Okay. Das ist nicht passiert. So, da kann dann Nietzsche mal die nächste Packung aufmachen, weil gleich das Mehl leer ist. Ja, das ist nicht passiert. Ja, da muss ich jetzt rein. Das ist natürlich schön, ne? Bei mir ist es eine schöne Beine. So, so. Ich mach das. Genau, das ist super. Ja, klar. Mach es. Geh nach oben. Oh, das ist doch ganz normal. Ich guck mal rein. Guck mal, bei ihr sieht das schon super aus. Das ist ja auch schon lange. Das ist einfach nicht gut. Das ist ja, ganz krass. Ja, nein. Was war das für ein Getreide? Hier! Hier drin Wasser. Hier, hier sind drei Flocken. Könnt ihr auch machen. Ihr könnt eure Brötchen eintauchen ins Wasser und dann in die Flocken. Wir werden alle Fernsehsauce. Morgen könnt ihr eure selbstgebackene Brötchen und Butterkuchen essen, ne? Und dann sind ungefähr so drei Karren Holz, drei, vier Karren Holz eingetan und dann, wenn der Ofen bereit ist, so nach drei, vier Stunden, dann kommt die Glut raus. Die ganze Glut kommt raus, die Steine sind ganz heiß, ne? Und dadurch geben die Steine, geben die Hitze ab an eure Brötchen und an Butterkuchen und so wird's gemacht. So, jetzt kommen die Brötchen alle rein. Das Blech hat an einer Seite eine Kante, die Kante muss nach vorne zeigen, weil Gerd da mit seinen drei Flocken. Und wo das voll unterschiedlich im Ofen verteilt war, ist natürlich jetzt auch die Wärme unterschiedlich, sodass dann manchmal die Blech auch noch dreht zwischendurch. Dann sind die Brötchen manchmal an einer Seite schon braun und an der anderen noch nicht. Und dann dreht Gerd das Blech nochmal und dann... Früher wurde das ja nicht auf Bleche gemacht, sondern das Brot wurde so reingeschoben. Und mit diesen langen Löffeln wurden die Brote dann rausgeholt, ne? Die Kuchen auch negiert? Die Kuchen auch, ja. Also da darf das dann alles so zusammen in der Asche, ne? Geil. Voll geil. So, jetzt brauchen die Brötchen etwa 10 Minuten, Gerd? Ja. Julian, sagst du nochmal, was dir am besten gefallen hat? Ähm, das mit diesen Dreh da. Die Flocken, die Treidemühle beziehungsweise die Flocken. Das Kneten und wie wir das da im Backhaus gemacht haben. Ja, perfekt. Hohl. Hohl. Unterkloppen. Pulli. So? Ja, perfekt. Hohl. Hohl. Vielen Dank, Gerd. das allgemeine thema diese pädagogische woche ist lebensmittel haltbar machen das heißt wie macht man das unserem essen nicht so schnell gangelt was wir hier arbeiten in unserer gruppe ist sache mit kühlung wie kühlt man okay wegen kühlschrank es gab was man genannt früher wenn man kalt keine kühlschrank gab es gab eiskeller das heißt im winter wenn es ganz kalt war hat man große blöcke eis zum beispiel aus der halle rausgeschnitten und man hat zwischen großen strohballen viel eis gestapelt und strohballe drauf und das tief in der erde und das eis ist nicht geschmolzen war gut isoliert du kannst zum beispiel dem bierfass zwischen den eisblocker rein tun damit mitte im sommer ein schönes kühles bier trägt das schmeckt viel besser als ein lauwarmes bier stimmt oder wie weißt du denn da schon bier getrunken ja ja okay aber jetzt aber es gibt auch andere methoden kühles zu machen und wir werden ein paar experiment machen erste experiment finger hoch wir pusten auf dem finger ist es kalt ja zweiter experiment wir machen unser finger nass das war kalt wieso wieso ist plötzlich kalt wenn es wenn es nass ist warum melden sie nicht also weil das wasser da drauf ist weil es kalt wenn es finger pusten man sich getrocknet oder und gleichzeitig wird kalt das heißt man kann kälte haben durch verdampfung von flüssigkeit jetzt jetzt werden wir ein paar experiment machen über kälte und wärme er hat gesagt wir werden luft machen und dass wir kälte fand dann zu punkten kräftig Haupt plumpen comparisons come ماuer das wird immer kält hast du gesagt, ja? 26,3. Gib mal Gas! Pumpe, schon richtig. 29,8. 40,5. So, jetzt bin ich ein bisschen dran. 1,5,4,2. So. Ich habe eine Frage. Die Luft ist doch kalt. Ja, die Luft ist kalt. Fass mal die Pumpe an. Fass mal hier an. Ist das kalt? Ja, das ist komisch. Wir machen Luft. Das ist kalt, dann machen wir Pumpen und das wird warm. Wir wollen keine Wärme haben, wir wollen Kälte haben. Dann, was macht man, um Kälte zu haben? Kalte Luft zu haben. Ich mache genau das Gegenteil. Hier habe ich die Luft komprimiert. Das wird heiß. Hier werden wir komprimierte Luft auseinandernehmen und mal gucken, ob es kalt wird. Hier haben wir, das ist eine Kartusche mit CO2, um Sprudelwasser zu machen. Pass auf, dass wir pssst machen. Nicht erschrecken. Wie fühlt sich das an? Witzig. Und auch kalt. Ja, genau. Kalt. Wie fühlt sich die Flasche an? Warne. Kalt. Ja, kalt. Weil wir haben diesen Luftdruck, in Weichen gehen, wir haben genau das Gegenteil gemacht wie hier. Wir haben die Luft zusammengedrückt, Luft wurde heiß, jetzt haben wir die Luft auseinandergenommen, Luft wird kalt. Ja, Pia? Aber wie kriegt er sein Eis kühler als 0 Grad? Ja, es gibt eine physikalische Erklärung. Wenn man Salz im Eis tut, dieses Eis schmilzt. Das Schmelzen nimmt Energie weg. Und da geht die Temperatur tüchtig im Keller. Wir haben hier Salz gemessen, Salz zum Eis rein getan. Und was messen wir? Wir haben zwischen minus 16 und minus 19 Grad gehabt. Und dann in der Schüssel haben wir unsere Eismischung. Und die wird auf minus 10, minus 12 Grad runtergekühlt. Und so werden wir unser Eis haben. Oh, dann wir nehmen die liebe Chiara. Sie vergiftet ist. Na, wie ist's? Guck so. Schmeckt ja wirklich gut. Aber es schmeckt gut. Eis ist kalt, Mergeri. Zwei ganz nette Damen hier immer für uns. Den Tisch mitdecken, Kaffee kochen, alles wieder sauber machen. Was können wir als Einwort dafür sagen? Alle zusammen? Dankeschön! Und dann bieten wir die Dankeschön-Leute mal eben rein. Dankeschön! Dankeschön! Also im Namen aller Kollegen. Wir bedanken uns und freuen uns über die Sonne. Die Sonnenblumen. Dankeschön. Danke. Ach, war die Woche wieder interessant und spannend. Auch wir Museumspädagogen lernen immer etwas dazu. Aber wie haben es die beiden Lehrerinnen erlebt und ob bei den Schülerinnen und Schülern etwas hängen bleibt? Wir sind von der Beethoven-Schule hier in Osterholz-Scharnbeck. Ich bin Frau Böschen. Ich bin Frau Bärmann. Und wir unterrichten die vierten Klassen bei uns und sind ganz froh, dass wir diese Projektwoche hier im Museumsdorf eine Woche lang erleben dürfen. Ganz tolles Erlebnis, eine ganz tolle Woche. Diana, du, wie hat es dir gefallen? Gut. Ja? Hat es Spaß gemacht. Ja, mir hat eigentlich auch alles gut gefallen. Mir hat eigentlich auch alles gut gefallen. Schade, dass man jetzt nicht immer alles sehen konnte, aber die Kinder sind ja echt begeistert gewesen. Oder hat dir jemand was anderes gesagt? Also ich habe mit allen, mit denen ich gesprungen habe, die waren total begeistert. Und also die konnten ja überall echt total viel machen an jeder Station. Bei dem Fleisch bin ich ja gewesen am ersten Tag, das Räuchern. Die haben alle den Fisch probiert und alle das Jähnchen, waren alle total begeistert. Schade, dass man das nicht öfter hat, so tolle Aktionen. Und auch das, wenn es so eine ganze Woche hat, so am Stück. Das war echt super. Die haben echt viel gelernt und viel ausprobiert und viel Neues gesehen. Und dann bin ich ja dann noch zum Bäcker gegangen. Da hatten die schon den Teil fertig gemacht, geknetet. Und waren dann gerade auf dem Weg zum Ofen und das war total spannend. Da wurde ja erstmal alles rausgeholt aus dem Ofen und geguckt, wie heiß der ist. Da wurde Mehl reingeschmissen. Und dann haben die ja die Brötchen und den Butterkuchen gebacken. Das war total spannend. Ich war oben bei der Milch und das war auch total interessant, auch für die Kinder zu sehen, dass aus dieser Sahne dann, wenn man die schüttelt zum Beispiel, manche haben ja nur im Glas geschüttelt, dass dann da Butter draus wurde. Also, oder auch dieses Butterfass, dass man da, kann man auch sehen, wie anstrengend das war und dass man tatsächlich dann mit bloßer Handarbeit da so Butter herstellen kann. Und die hat ja auch super geschmeckt. Ja, gestern bin ich bei Jean noch gewesen und der hat den Kindern ja erst, den Kühlschränke erklärt und die haben Versuche gemacht und am Ende, konnte ich selber kaum glauben, da hatte der ja so eine Schale in Eis gestellt und dann hatten sie Sahne und Erdbeeren drin und das ist wirklich, ich weiß nicht, wie lange die gerührt haben, fünf bis zehn Minuten und dann war wirklich fertiges Eis. Das habe ich auch so gesehen auch probiert, war total lecker. Ja, war echt cool. Und die Marmelade, die die jeden Tag machen, die ist ja auch jedes Mal weg beim Frühstück. Ja, schmeckt jeden Tag wieder. Jeden Tag ein bisschen anders und jeden Tag super, ne? Ja, echt toll, dass wir die Kirsche mit nach Hause nehmen dürfen, ne? Selbst gemacht und mit nach Hause genommen oder auch diese kleinen Pasteten-Dinger, die sie über Fleisch gemacht haben. Also was die Kinder ihren Eltern berichten können, ich glaube, da werden die neidisch sein. Ja, glaube ich auch. So, einmal erst mal ohne Finger. So, einmal erst mal ohne Finger. Und wir machen noch eins mit. Und wir machen noch so an, ich muss mal mit. Wir sehen den Nadine noch. Oder wo? Wir sehen uns also. Wir sehen uns also. Wir sehen uns. constit-